Komm endlich in die Gänge, Mann! Auf diese Weise will ich dich zu diesem heutigen Video begrüßen, denn 2022 ist für mich das Jahr der Aktion, der Handlung. Es geht darum, endlich in die Gänge zu kommen, sich zu bewegen, sich zu zeigen, denn wie heißt es so schön, von nichts kommt nichts. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn dir mein Video gefällt, wenn dir mein Kanal gefällt, dann hinterlass mir gerne ein Like, ein Abonnement oder schreib auch gerne in die Kommentare, was dir an diesem Video gefällt und bzw. wie du, was du in diesem Jahr machen willst, um deine Ziele zu erreichen, in Aktion zu kommen, würde mich sehr interessieren. Warum ist es wichtig, dass du ins Tun kommst, speziell dieses Jahr? Drei Gründe würde ich dir dazu kurz nennen und zwar zum Erstens Das Level der Verlorenheit Das aktuelle Chaos Das interne Chaos Das die Menschen innerlich verspüren aufgrund der ständigen Änderungen Aufgrund der Aussagen in den Medien Was die Vorhersagen, die wirtschaftliche angeht Aber was auch die sozialen Bedingungen betrifft Wer hat da noch den Überblick? Sprich, wenn du diese Verlorenheit spürst bzw. wenn Menschen, die in deiner Umgebung sind immer verlorener sind sich nicht mehr zu helfen wissen verzweifelt sind dann gilt es auch darum, ihnen zu helfen Wie du es genau machen kannst, ohne dass du in den sozialen Netzwerken großartig irgendwas aufbaust erfährst du im Punkt 3 meiner Tipps Also warte noch bis später bitte Auf jeden Fall gilt es dieses Level der Verlorenheit zu überwinden indem du dir einen Plan holst indem du dir Struktur schaffst indem du dich wieder organisierst dich disziplinierst Das ist ganz enorm wichtig für mich Und zweitens geht es um die Preise Denn wie du weißt die Inflation ist auf einem Höchststand seit dem Ende des 45 So hoch waren die Preise noch nie 5% heißt es offiziell Inoffiziell zweistellig Ganz einfach aus dem Grund weil 3,6 Billiarden Euro in Deutschland alleine auf dem Markt sind Das heißt, das Geldangebot übersteigt weit dem Realgüterangebot Und deshalb heißt es nicht nur, dass das ständige Produzieren von Geld das bereits im Umlauf befindliche Geld immer mehr abwertet sondern auch die Preise an sich immer mehr steigen und dadurch die Güter immer exorbitante Preise annehmen was letztlich zu einer Verarmung der Gesellschaft führt Und das Schlimmste natürlich noch dein Geld in deiner Tasche auf deinem Sparbuch verliert immer mehr an Wert So habe ich das schon erkannt zum Glück durch mein Umfeld durch meine Menschen, die mich begleitet haben die mir gesagt haben Martin, damals hatte ich eine Abfindung bekommen naja, jetzt was höre Martin, das Beste, was du machen kannst mit deinem Geld ist es, in dich zu investieren Das Einzige, was nie verloren geht ist das Wissen Und dem bin ich nachgegangen Ich habe es in Coachings Ich habe Tausende von Euro in Bücher investiert Ja, ich habe mich begleiten lassen Ich habe Seminare besucht Maximal viel mitgenommen Alles, was an Angeboten auf mich eingeprasselt ist Habe ich alles bestätigt Habe mich einladen lassen Bin hingefahren Zu Seminaren Habe super Leute kennengelernt Unter anderem mein Coach Und ja, zum Punkt 1 auch zurückzukommen Ich habe eben diesen Plan kennengelernt Und wenn man einen Plan hat Wenn man eine Struktur hat Wenn man weiß, was zu tun ist Dann wacht man in der Früh auch wieder auf Mit einer gewissen Klarheit Und ja, einfach den Tatendrang Dinge zu tun Nicht nur, weil sie einem zu seinem Ziel näher bringen Sondern weil sie Spaß machen Und das steht im Vordergrund zu allem Und als dritter Punkt Ist die Angst davor Dich zu zeigen Was hält die Leute davor zurück Sich zu zeigen Ihr Herz wieder sprechen zu lassen Bin ich einverstanden mit diesen Maßnahmen Mit vielen nicht Bin ich einverstanden Wie was in den Medien kommuniziert wird Auf welche Weise Immer diese Angst mache Generell Kann ich auch nicht mit meinem Herzen Ja, vereinbaren Deswegen gilt es wieder Vermehrt heute in dieser aktuellen Zeit Wenn du deine Hilfestellung Ja, anbieten willst Wenn du rausgehen willst Dann lass diese Angst Nimm dir diese Angst Und sag dir einfach Du bist Du bist das Produkt Du weißt, was du kannst Biete dich an Ja, gib diese Energie weiter Denn Es geht darum Dass du dich schätzt Deinen Wert Dir wahrnimmst Und den dann auch entsprechend Weitergeben kannst An deine Menschen Und in Verbindung mit diesem Mit dem zweiten Punkt Mit dem Geld Es war noch nie so viel Geld Im Umlauf wie jetzt Deswegen haben die Menschen Auch das Geld Und sie wissen nicht Was sie damit machen sollen Und sie haben Angst darum Dass es den Wert verliert Also ist jetzt die Zeit gekommen Dass du dich zeigst Und dass du diese Ja, diese Bereitschaft Der Menschheit Der Menschen Deiner potenziellen Kunden Abschöpfst Indem du dein Angebot Preis gibst In meiner Geschichte Und vielleicht hast du schon In meinen Videos Es gesehen Geht es immer wieder darum Dass ich Eigentlich als Angsthase Die ganze Zeit Als Opfer Als Mitläufer gelebt habe Und Irgendwann dieser Zeitpunkt Kam Aufgrund mehrerer Zufälle Mehrere Schicksalsschläge Angefangen mit dem Tod Meines Meines Großvaters Der doch meine Nummer Eins Ansprechperson war In meinem Leben Mit dem ich mich Über alles austauschen konnte Bis hin Über die Geburt Meiner Tochter Gleichzeitig Der Rauswurf Aus meiner Firma Die Probleme In der Ehe Die damit Ja Gekommen sind All das hat mich dazu Ja Gebracht Angetrieben Was in meinem Leben Zu ändern Und Ja Wenn man erstmal Sich ein Ziel definiert hat Wenn man verstanden hat Was Ziele mit einem machen Dass alles möglich ist Und ich habe mir dann 2020 Auch in Verbindung mit dem Mit einem Programm von Bob Proctor Einfach vorgenommen Ich möchte mein Mein Jahreseinkommen Verzehnfachen Und Wenn du dir dieses Dieses Gefühl vorstellst Was es mit dir macht Wenn du in der finanziellen Freiheit bist Wenn du alles schaffen kannst Dann Dann musst du Dann bleibt dir nichts anderes übrig Als deine Ängste zu konfrontieren Und über dich hin auszuwachsen Und darum geht es im Leben Dass du Zu der Person wirst Der du wirklich bist Und das geht nur Indem du dich wirklich Inspirierende Ziele setzt So Jetzt drei Tipps Wie du dahin kommst Deine Ziele zu erreichen Nicht nur privat Sondern auch geschäftlich Zum erstens Wenn du Dich mit dem Thema Zielen befassen willst Dann darfst du endlich mal Erstmal zur Ruhe kommen Zur Ruhe kommen bedeutet Ja Zu meditieren Warum ist es so wichtig Zu meditieren Weil meditieren bedeutet Dass du dich von der Außenwelt Abkoppelst Dass du die Vergangenheit Ruhen lässt Die Zukunft auch mal vergisst Das heißt Du kommst erstmal In dem Moment an Und in dem gegenwärtigen Moment Und was brauchst du dafür? Dafür brauchst du eigentlich nur Deinen Körper Auf den einen ruhigen Ort zu setzen Dadurch kannst du über dich hinauswachsen Du darfst Erstmal wieder deinem Atem spüren Deinen Körper wahrnehmen Den Fokus auf den Atem setzen Und ja Wenn du es schaffst Wirklich mal ein paar Minuten da zu sitzen Und immer wieder deine Gedanken Zurück zu bringen Auf deinen Atem Deinen Verstand Maximal unter Kontrolle zu behalten Und im Jetzt zu behalten Dann ist es die Voraussetzung für mich Dass du dich mit dem Thema Zielen Auseinandersetzen kannst Der Einstieg In die Zielsetzung Und wie schon gesagt Ich war Ich habe mich seit 2020 Anfang 2020 An 2019 Habe ich mich mit dem Thema Zielen Beschäftigt Und 2021 Habe ich mich ein bisschen Verloren wieder Weil ich Wiederum Emotional mitgenommen war Durch die Scheidung Durch die Trennung von meiner Tochter Aufgrund Ja Der Akt Der Corona Maßnahmen Und Dann bin ich wieder In so ein Loch gefallen Und warum bin ich in so ein Loch gefallen Weil ich mich von meinen Zielen Abgekoppelt habe Ich habe nicht mehr Ich hatte zwar Ziele Aber ich war nicht mit ihnen In emotioneller Verbindung Und wenn diese emotionelle Verbindung fehlt Dann kannst du noch so hohe Ziele setzen Dann kannst du noch so viel Deine Gedanken Auf deine Ziele fokussieren Es passiert dann einfach nichts Weil dein Herz Nicht dabei ist Also was ist wichtig Damit du Ja in diese Oder was ist eine Methode Damit du zu diesen Zielen Kommst Beziehungsweise die Ziele Wahrnimmst Zum allererst Um in diese Um in eine gute Schwingung zu kommen Nimm dir ein Zettel Papier Schreib erstmal auf Was du so In deinem Leben Alles schon erreicht hast Auf was bist du stolz Als nächster Punkt Schreib dir 50 Punkte auf Die du noch in deinem Leben erreichen willst Dann Nimm dir diese 50 Punkte vor Und unterteile sie in 4 verschiedene Zeitliche Abschnitte Sprich 1, 3, 5 oder 10 Jahre Das sollte möglichst gut ausbalanciert sein Dann Nimm dir diese Dann nimm dir die Ziele der Einjahresziele Und such dir die 4 wichtigsten raus Wenn du 4 davon definiert hast Die du im 2022 erreichen wirst Dann Nimm dir sie genau vor Und fühl sie in sie rein Indem du dir die Frage stellst Warum Willst du diese Ziele erfüllen Was Willst du genau Warum willst du es Es geht nicht um das Wie Es geht nur darum Warum Mit dem Warum Rechtfertigst du Erstens deine Gedanken Und zweitens Machst du es auch emotionaler Du gehst damit In die Begründung Und die Begründung kommt nicht aus deinem Verstand Sondern die kommt aus deinem Herzen Wenn du diese 4 Ziele Ja Wenn du dieses Warum nicht stimmt Dann such dir ein neues Ziel Mach das so lange bis du 4 wirkliche Ziele identifiziert hast Für dieses Jahr Und dann teile sie auch ein In Quartal Monat Wochen Tagesziel Das ist die nächste Aufgabe Es dauert ein bisschen vielleicht Bis du es auch gefunden hast Deinen richtigen Rhythmus Aber es geht darum In diesem Jahr zumindest In das Handeln zu kommen Und was dafür zu tun Dass du diese Ziele erreichen kannst Dann solltest du mit dem 2. Punkt fertig sein Dann kommen wir zum 3. Punkt Und zwar geht es darum Wie schaffst du es Dein Angebot Ich gehe jetzt einmal davon aus Dass du Coach bist Dass du Berater bist Wenn du schon ein Angebot hast Wenn du weißt Was du den Leuten an Mehrwert bietest Dann geht es darum Ihnen das auch Ganze Zu verkünden Du musst es nicht über die sozialen Netzwerke machen Das ist ein Mittel von vielen Du kannst es auch Auf persönlicher Schiene machen Jetzt kannst du rausgehen Du kannst Leute treffen Wo immer du bist Egal ob du in der U-Bahn bist Auf dem Spielblatt Mit deinen Kindern Und du triffst Leute Du hörst Ah du hörst was raus Ah der hat vielleicht Der hat Probleme in seinem Leben Dann komm mit ihm ins Gespräch Auf eine ganz Ja menschliche Natürliche Art und Weise Im Smalltalk Und dann geht es darum Fragen zu stellen Fragen zu stellen Warum Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen Da kann ich nochmal ein extra Video machen Oder du kannst mir auch gerne Fragen stellen dazu Es geht darum Zu verstehen Was ist das Problem Desjenigen Was sind die Herausforderungen Und der andere Darf auch Bedürfnisse Die sein inneres Bedürfnis Emotional verstehen Dass ihm geholfen werden will Er will davon rauskommen Zum Beispiel kannst du ihn fragen Bist du zufrieden mit deinem Einkommen Je nachdem was du natürlich für ein Angebot hast Bist du zufrieden mit deinem Einkommen Bist du glücklich in deiner Partnerschaft Bist du glücklich mit deinem Job Bist du glücklich in deinem Leben generell Und dann um das Ganze zu vertiefen Kannst du ihn auch fragen Warum bist du nicht glücklich Wenn er natürlich nicht glücklich ist Und als zweites kannst du ihm dann die Frage stellen Wie willst du es denn anders machen Und was passiert wenn du es nicht anders machst In fünf Monaten Zehn Sechs Monaten In einem Jahr Also wirklich Dass du dir eine Klarheit schaffst Über das was den anderen bedrückt Was den anderen schmerzt Und wenn du merkst Und dafür ist vorausgesetzt Dass du es Erstens dass du dich als Experte fühlst Um auch diese Sicherheit auszustrahlen Und zweitens Dass du helfen willst Weil du es nicht Dem Geld halber machst Sondern wirklich von Herzen Dann kannst du ihm sagen Hey Schön dass ich dich kennengelernt habe Ich habe verstanden Dass du das und das Problem hast Weil du Morgens aufstehst Und in den Spiegel schaust Und der geht sich gut Weil du eine Partnerin hast Die dich ständig anschnauzt Weil du im Job Weil du weniger verdienst Als du denkst Dass du es eigentlich wert bist Und so weiter und so fort Du wiederholst es Zeigst es dadurch Dass du dich wirklich interessierst Es geht immer darum Demjenigen zu zeigen Dass du dich wirklich interessierst Dass du dich von Herzen Um ihn kümmerst Dass du dich interessierst Dass du Neugierde zeigst Die wenigsten Leute zeigen Neugierde Es ist Wenn du dir die Gespräche anschaust heute Es ist ein nebeneinander herreden Fast immer im Ego Aber keiner stellt wirklich Fragen Wie es dem anderen geht Was der andere macht Warum er anderes macht Es ist kein tiefgehendes Gespräch Und wenn du das dem anderen gegenüber Zeigst Und deutlich machst Dass du wirkliches Wahrhaftiges Interesse hast Dann wird der andere sich sagen Hey Kann es sein Dass du mir helfen kannst Oder Du kannst auch sagen Ich kann dir eventuell helfen Bei deinen Problemen Wenn du Zeit und Lust hast Dann lass uns doch mal einfach sprechen Ich habe zu dem Zeitpunkt Zeit Wie schaut es bei dir aus Sag ihm Du hast das Angebot dafür Du hilfst Leuten Oder du weißt Wie Leuten geholfen wird Die ähnliches Problem haben Oder du hattest schon dieselbe eigene Probleme Du kannst auch von dir erzählen Dann fühlt sich der andere zu dir hingezogen Dann kannst du mit ihm ein Erstgespräch Machen Ausmachen Und in den Erstgesprächen Dann als Kunden gewinnen Und deinen Preis nennen Auf jeden Fall geht es darum Erstmal zu verstehen Was sind die Sorgen Was sind die Nöte Deines Gegenübers Egal wo du jemanden triffst Sei neugierig Sei offenherzig Und dann kannst Dann kannst du eigentlich Überall Leute finden Die Auf dich anspringen Die auf dein Angebot eingehen Denn das ist die Nummer 1 Dass du Dich zeigst Egal wo es ist Zeig dich einfach So wie du bist Geh da raus Sprech Leute auf der Straße an Am Müllcontainer Am Getränkemarkt In der Bäckerei Wo auch immer du es spürst Dass du dich zu jemandem hingezogen fühlst Mach das einfach Ich hoffe das Video hat dir geholfen Heute etwas länger wieder Es war mir ein Vergnügen Mit dir darüber zu sprechen Wie du es 2022 schaffen kannst Aus diesem Jahr Wirklich das Größte zu machen Und denk daran Nochmal abschließend Und zusammenfassend Es herrscht Chaos da draußen Wenn du Klarheit hast Wenn du einen Plan hast Wie du Leuten helfen kannst Dann geh raus Betreib keine Unterlassene Hilfestellung Indem du dich verschanzt Zu Hause Und dich von deinen Ängsten Runterziehen lässt Sondern mach das Was sich gut für dich anfühlt Sei dir gewiss Dass es noch nie So viel Geld im Umlauf war Wie bisher Also es gibt keine Ausrede Wenn jemand mit dir Zusammenarbeiten will Dann findet er das Geld Dafür Und Ja und das dritte Nimm dir diese Angst Vom Verkaufen Vom Zeigen Es geht wirklich nur darum Probleme andere zu lösen Zu helfen Und In dem aufzugehen In dem In dem du Dich selbst darstellst In dem du bist Wie du bist Und wie du bist Bist du gut so Also Es ist Zeit In Aktion zu kommen Hier heißt das Einer Lied zu schön Von Redman Das mich schon Seit 20 Jahren begleitet Time for some action 2022 Wird genial Ist schon genial Du kannst es schaffen Ich habe es geschafft Jeder kann es schaffen Wenn er nur will Und Wenn er sich zeigt In dem Sinne Danke fürs Zuschauen Hinterlass mir gerne ein Like Ein Abonnement Ich freue mich aufs nächste Mal Und wünsche dir Viel Spaß Beim Tun Beim Rausgehen Bei einem Ding Dich zeigen Und Alles Gute Bis dabei Ciao